Perfekten Service zu bieten, Kompetenz darzustellen und unsere gemeinsamen Kunden zum Lachen zu bringen. Mein Fachgebiet ist die private Krankenvollversicherung. Eine Tasse Tee, ein Müsli, ein Kaffee, das war's. Tennis spielen und meine Familie haben auch dran. Keinen bestimmten Sorgen, ich bin eigentlich immer auf dem Weg zur Arbeit, deswegen höre ich vielerlei Musik und ich höre auch sehr gerne Podcasts. Dass man sich in der heutigen Zeit der Digitalisierung verschließt und diese Möglichkeit nicht nutzt. Ich ärgere mich nicht, ich freue mich über vieles und ich wundere mich eher, aber ärgern können mich nicht. Ich schlafe gerne mit, und zwar meinen Kindern, aber nicht über andere Dinge. Aber in erster Linie lache ich mit meinen Kindern. Die Frage müssen die mir beim nächsten Mal nochmal stellen, weil da müsste ich gut drüber nachdenken, ich habe ja nur diesen einen Wunsch frei. Zweite den Minuten nachdenken.